So, Servus! 91, 92, 93. Der Gewinner heißt Dominik Hacke. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Dominik, unseren Adventskalender 2016-Spinner. Der hat ja eine Pearl Mastersnare gewonnen. Und ja, wir haben 3.57 Uhr morgens. Aua, wir haben jetzt einen 650km-Trip noch vor uns. Ich hoffe, der Kerl ist schon wach. Da sitzt's doch! Moin! Herzlichen Glückwunsch zum gewonnenen Adventskalender 2016! Noch 500km! Der hat aber einen Sinn von Humor. So, mein Damen und Herren, jetzt muss mal der Gewinner hier Hand anlegen. Der Gewinner hat gewonnen. Der Gewinner hat nämlich gerade gewonnen. Erzähl mal ein Schwank aus deiner Jugend. Ich bin ja mittendrin, okay? Vorsichtig, Kollege, vorsichtig! Noch 400km! Schaut euch mal bitte diese faule Sau an! Und dann rechts! Und dann rechts! Wenn wir jetzt rausbringen, dann rechts. Oh, ich bin ja mittendrin. Und dann rechts! Und jetzt rechts! Da ist's auch einfach cool! Und dann rechts! Du kannst dich aufschauen, also mit uns mit uns aufschauen! kriegt. Und zack, Pöll macht's möglich, Sonne! Sooo, wir sind jetzt im Lager. Ich freue mich nicht, was gibt's. Voll geil, oder? Das wäre meine Garage hier. Jetzt endlich, LMP-Slayer! Mit Gold-Hardware für dich, nur für dich! Was machst du da? Geschenke aufmachen. Geil. Stehst du auf Gold? Oh, ich stehe sowas von auf Gold. Geil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020